Hallo Leute, hier ist euer Mimi Kraus. Ich wollte euch nur kurz sagen, ich habe meinen Vertrag beim TVB 1898 Stuttgart um zwei Jahre bis 2019 verlängert. Ja, warum? Ich spüre einfach hier eine große, sehr große Wertschätzung und die Sponsoren, Vereinsführung und auch Trainer bringen mir sehr, sehr großes Vertrauen entgegen. Und es ist einfach toll für einen Verein zu spielen, der sich in der ersten Liga etablieren möchte. Dazu möchte ich mal einen Teil beitragen. Und der Zeitpunkt ist bewusst gewählt, dass wir eben in den letzten elf Spielen mit voller Energie und voller Konzentration gehen können. Und da können wir jetzt am Donnerstag gegen Wetzlar direkt anfangen und hoffen, dass die zwei Punkte, die zwei wichtigen Punkte bei uns in der Scharena oder bei uns in Stuttgart bleiben.